Heute zeichne ich mit dir eine Rose. Du startest mit dem Stiel und der äußeren Form. Das hilft dir dabei die Blätter anschließend im Inneren besser zu platzieren. Nun startest du mit dem ersten großen Blatt im vorderen Bereich der Rose. Anschließend kannst du mehrere kleine Blätter im Inneren der Rose andeuten. Dann zeichnest du die Blätter unter der Rose und am Stiel. Dann kannst du anfangen zu schattieren im Inneren der Rose und an den Blättern. Alles verwischen und nochmal dunkler schattieren. Dann ein paar Highlights mit dem Radiergummistift und du bist fertig.